Was für ein Name? Ansonsten kann man nichts anwählen. Ah, hier gehen wir nochmal hoch. Gehen wir hier rein. Gehen wir raus. Weil der Typ hier noch da drin ist. Und werden ihm eine Falle stellen, sozusagen. Gute Idee. Versuchen wir's. Jetzt darf ich keine weitere Taste mehr anrühren. Wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck hinterlasse, wird der Plan misslingen. Als nächstes muss ich Willy dazu bringen, den Code, der die Tür öffnet, einzugeben. Dabei wird der Fingerabdrücke auf den richtigen Tasten hinterlassen. So, genau. Reden. Hier. Mehr. Hallo Willy. Hey, Kleiner. Wie geht's dir? So, genau. Absprechen. Wegen deines Unternehmens. Ja, was ist? Wie heißt noch die Fabrik, für die du Vertreter bist? Äh, die Fabrik? Ach ja, sie heißt... Da Button. Ja, genau. Labor da Button. Stark, nicht wahr? Wie verbindest du deine Arbeit hier im Museum mit deiner Tätigkeit als Vertreter? Es geht mir auf den Keks, dass du mich ausfragst, Würschchen. Sieh mal, es gibt ein Wort, das mein ganzes Leben regelt. Fachmännisch. Kapiert, Kollege? Und so muss alles sein, Kerl. Ich sag's dir. Ich bin ein Fachmann und kriege alles hin. Ganz fachmännisch. Und ohne etwas zu vernachlässigen. Ein Profi. Scheiße, ja, Mann. Ein Profi. Hör mal. Ich weiß es noch nicht genau, aber... Es könnte sein, dass ich einiges an Laborzeug brauchen werde. Kannst du das für mich besorgen? Klar, Kumpel. Beste Ware zum günstigsten Preis, Mann. Sobald du weißt, was du brauchst, sagst du es mir. Ich bespreche es mit den Typen aus der Fabrik. Wenn wir es haben, steht dein Name drauf, Logo. Nur eins, Kumpel. Gezahlt wird bar. Was kannst du mir über Dr. Oliver erzählen? Ach, die Verrückte? Das ist eine unerträgliche Hysterikerin. Eine verbitterte, nervtötende, arbeitsbesessene. Sie ist ja auch nicht sympathisch, oder? Sie nervt mich den ganzen Tag mit diesem oder jenem. Scheiße, Mann. Außer, dass sie unsympathisch ist, ist sie auch noch hässlich wie die Nacht. Dein Kumpel Clive ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich sag das nur, weil du es ihm nicht sagen wirst, oder? Ich bin kein Schleimer. Ja, und so sagst du es denn überhaupt. Fehlt Stress mit der Maya-Ausstellung, oder? Ich sag's dir, Kumpel, jede Menge. Am meisten nervt mich, dass es in drei Tagen losgeht und diese Hexe von Oliver Überstunden macht. Deswegen ist sie den ganzen verfluchten Tag hier, um diese blöde Ausstellung vorzubereiten. Sag's bloß nicht weiter, klar? Der Teufel soll diesen Drachen holen. Es würde mir besser gefallen, wenn sie nicht den ganzen Tag hier rumlungern würde. Ja. Hör mal, ich wollte dich etwas über das Analyselabor fragen. Schieß los! Hast du gesehen, dass man einen Code eingeben muss, um die Tür zu öffnen? Du kennst den bestimmt, oder? Nein, Kumpel. Ich hab keinen Zugang zu dem verdammten Labor. Ich habe gesehen, dass nur befugtes Personal Zutritt hat. Ja, es sieht so aus, als ob der Kram, den sie dort haben, einen Haufen Geld wert ist. Deswegen gehen sie damit um wie die Mutter der Porzellankiste. Außerdem haben die jetzt gerade eine Steinmaske für die Ausstellung über die Bescheuerten. Die soll ziemlich wertvoll sein. Der Sohn des Oshisa, oder so ähnlich heißt die. Der hat einen riesen Rubin auf der Stirn kleben. Wer sich den unter den Nagel reißt, oh Mann. Moment, er hat den Code nicht. Wir haben zwar eben gesehen, dass er den Code eingegeben hat. Und er könnte auch damit rechnen, was wir ihm gesehen haben. Nein. Den Code. Nein, oder? Ich konnte auch nicht rein. Nein. Super. Yeah. Ich möchte dich nicht weiter stören, Willi. Bis bald. Wir sehen uns. Gute Idee. Ich werde Willi anrufen und versuchen, ihn in das Labor zu locken. Vielleicht bekomme ich dann den Zugangscode. Ich hoffe, dass die Handynummer auf der Visitenkarte stimmt. Und dass es auch sein Handy ist. Ja? Herr Dustin? Ja, am Apparat. Sie wünschen? Hören Sie. Ich bin Frank Steiger. Ein Freund von Herrn Potter. Er sagte mir, dass Sie mir eine bestimmte Sache besorgen können. Ja, ich freue mich, Geschäfte mit Freunden von Herrn Potter zu machen. Er ist einer meiner besten Kunden, wissen Sie? Ehrlich gesagt kommt mir Ihre Stimme bekannt vor. Kennen wir uns von irgendwo, Herr Steiger? Nein, ich glaube nicht. Ja, wie Sie meinen. An was genau sind Sie interessiert? Wissen Sie, ich bin an einem Okular interessiert. Ja, an einem Okular für ein Mikroskop. Was für ein Zufall. Das muss in Mode gekommen sein. Alle möchten dasselbe haben. Was meinen Sie? Ach, nichts, Herr Steiger. Es ist nicht wichtig. Welche Art Okular benötigen Sie? Ich habe eine große Auswahl mit hundertfacher Vergrößerung. Fein, aber ich bräuchte zweihundertfache Vergrößerung. Zweihundertfache? Wie? Ich frage im Lager nach. Bitte rufen Sie mich in zehn Minuten zurück und ich werde Ihnen bestätigen, ob wir liefern können. Einverstanden. Bis gleich. Bis gleich, Herr Steiger. Wir werden sowieso nie wieder anrufen, also... Er kommt jetzt. Ich verstecke mich hier hinten. Ich habe noch nie getestet, dass wir nochmal anrufen können. Egal. Die Melodie muss man sich auch noch merken, ey. Weiß nicht mehr her, aber... Ich muss abwarten, bis Willy das Labor verlässt. Dann kann ich versuchen, es zu betreten. Es wäre für uns beide eher peinlich, wenn wir uns drinnen treffen würden. Patti Oliver rein. Der raus. Dann benutzen wir das. Wir haben hier einen Nagellack drauf gemacht. Oder einen Lack. So, jetzt werde ich Willis Fingerabdrücke deutlich sehen und den Zugangscode herausfinden können. Ich werde das Puder gleichmäßig auf das Tastenfeld auftragen. Genial. Jetzt kann ich Willis Fingerabdrücke deutlich sehen. Es sieht aus, als ob der Lack mit dem Talkumpuder getrocknet ist. Ich kann jetzt die Tasten bedenkenlos drücken, ohne die Fingerabdrücke zu verschmieren. Die Nummern, die den Code bilden, sind die 1, die 3, die 7 und die 8. Ich muss nur die richtige Kombination herausfinden. Wenn ich mich nicht irre, erzeugten die Tasten eine Melodie, als Willi den Code eingab. Ungefähr so. Hm, 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 hm. Ich konnte aus diesem Hm, 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 Nichts rauslesen. Ich musste nachher alles ausprobieren, bevor ich den Code erlassen hatte. Boah. Und mir war echt ekelhaft. Außerdem ist er die ganze Zeit rumgerannt und der Lack, der war so dünn drauf. Der hätte eigentlich direkt trocken müssen, aber... Ach, egal. Okay. Ja, das ist es. 8, 1, 3, 7. Die vergesse ich bestimmt nicht mehr. Ich hab das Spiel hier schon dreimal angefangen, deswegen. Hä, kenn ich die Code noch. Hm, es ist ziemlich dunkel. Aber wir machen besser kein Licht an. Ich möchte nicht, dass man mich hier entdeckt. Man sieht auch so genug, geil. Oh, da ist ein Schöpf. Oh, sorry. Aha. Hm. Das ist ein antiker Schlüssel oder sowas? Benimm. Vielleicht kann ich ihn zu irgendetwas gebrauchen. Na, sowas? Hier drunter liegt eine Nachricht. Sehen wir mal. Clive. Hier hast du deinen alten Aztekenschlüssel. Er ist sauber und glatt, wie du es wolltest. Lass das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen, ohne ihn zu putzen. Er war ziemlich verkrustet. Wir sehen uns Montag. Ein gewisser Ron hat unterschrieben. Dann gehört Clive der Schlüssel. Ich werde ihm das gute Stück später geben. Ja, du Stern. Du war ausgeliehen, gell? Ich würde sagen, dass es eine Klimakammer ist. Sie sorgt dafür, dass die Kunstwerke unter idealen Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. Und was da drin liegt, ist zweifellos der Sohn des Ushiza. Der Star der Ausstellung über die Maya-Kunst. Werfen wir einen Blick darauf. Sie lässt sich nicht per Hand öffnen. Ich glaube, dass man auf den Knopf drücken muss, um sie zu öffnen. Er aktiviert den Öffnungsmechanismus der Klimakammer. Er aktiv... Upsa. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmen-Identifizierung zu beginnen. Äh... Nee, ich bin da noch nicht. Ich bin da genau... Kastro... Polos? Äh, was? William P. Dustin. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Ich glaube nicht, dass ich es so schaffen werde, sie zu öffnen. Ja, ich brauche aus ne... Ja, auf Namen von jemandem. Heh heh. Gut, was ist das? Sie erinnert mich an die, die man bei Weinproben benutzt. Ja, okay, ne bitte. Sie ähnelt... Das sagt etwas gleich weh. Sie enthält flüssigen Stickstoff. Ich kenne das sehr gut aus der Fakultät. Das könnte gefährlich sein. Ich möchte es nicht ohne guten Grund tun. Was denn? Egal. Jetzt können wir hier auch noch nichts mehr machen. Dann gehen wir mal aus. Und gehen in Clives' Büro. Wie ich sehe, haben Gina und Clive ihren formlosen Rundgang durch das Museum begonnen. Clive ist immer noch der Alte. Sobald er einen Rock sieht, erkennt er nicht mal mehr seinen Vater. So, okay. Es ist vollgestopft mit Büchern und exotischen Objekten. Ist so. Mal sehen. Es sind zwei Bände eines anthropologischen Werkes. Okay. Noch mehr Bücher, noch mehr Objekte. Und ein schöner Schädel. Ich würde sagen... Homo so und so. Homo... Das Fach hat mich nie sehr interessiert. Aber es kann sein, dass ich sie gebrauchen kann, um mich im Museum zurechtzufinden. Sieh mal, was unter den Büchern versteckt lag. Eine Vertiefung in Form eines Kreuzes. Das zweibändige Standardwerk der Anthropologie. Gut. Nehmen wir ihn mal. Nein, wir gucken uns erst mal an. Wozu mag Clive den benutzt haben? Ich werde ihn danach fragen, wenn ich ihm das Stück zurückbringe. Jetzt wissen wir ja, wofür. Ja, ich wette, der Schlüssel passt perfekt hinein. Gänzer! Sieh mal an. Was haben wir denn hier? Ein Geheimfach. Abschlag schon gesagt. Was ist drin? Sieht aus wie Akten und Papiere. Nein, ich kann Clives Privatdokumente nicht mitnehmen. Schade. Ich vermute, Clive hat es dort für Notfälle aufbewahrt. Mitnehmen. Nein, ich werde keinem das Geld wegnehmen. Schon gar nicht einem guten Freund. Och, Mann. Jetzt sieht man hier auch noch ein ganz kleines Ding. Gerät. Das ist fast... Das ist ein Diktiergerät. In Ordnung. Ich werde es mir von Clive ausleihen. Ich lege es natürlich später wieder zurück. Wie manche andere Sachen ja auch in diesem Spiel. Die Spritzen. Feuerlöscher, der ein bisschen aufkam. Wie ein Lichtchen. Ich kann das Büro doch nicht verlassen und... Ja, stimmt. Ja, will ich ja nicht verlassen und das Ding so zurückzumachen. Äh, zuzumachen und... Kann man die Bücher wieder drauflegen? Nein, das passt nicht hinein. Ich dachte eigentlich drauf und nicht hinein. Hinein, das ist nicht hinein. Das ist mir klar. Ja, gut. Nein. Und ein schöner Sch... Ja, das hat man auch schon. Was ist das? Gut, das ist blicklich. Das ist blicklich. Der Arme, Brian, darf jetzt keinen Kaffee trinken. Es liegt etwas drin. Mal sehen. Eine leere Kaffeepackung. Ich hoffe, dass das Museum nicht in Flammen aufgeht, wie Ginas Zimmer im Krankenhaus. Hehe. Gut, gehen wir nochmal hier rein. Wir haben jetzt ein Diktiergerät. Nehmen wir mal hier sie auf. Entschuldigung, Frau Doktor. Wie war doch gleich ihr Name? Doktor Susan Oliver. An der Tür ist es deutlich zu lesen. Als hätte das jetzt nicht gesehen, dass er da irgendwie was in sein Hemd gesteckt ist. Er hat es nicht in die Tasche gesteckt. Er hat es in die Hemdtasche gesteckt. Also keine Ahnung. Naja, das ist nicht mit den ersten Mal da. Ich tue da mal so Riesensachen irgendwie einstecken. Und ja gut, er wollte nicht den großen Anatomie-Modell einstecken. Aber egal. Nutzen wir es mal. Sehr gut. Sehen wir mal, ob der Plan gelingt. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Doktor Susan Oliver. Aber geil. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Mist. Die Batterie hat im entscheidenden Moment versagt. Ich hole die Batterie aus dem Diktiergerät. Ich muss eine volle Batterie besorgen. Wie gesagt, wir müssen die volle, die leere, meine ich, die volle, die leere, meine ich, die volle, äh, die leere. Holen wir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist die Batterie gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum Laufen bringt. Egal. Wir machen es jetzt mal rein. Jawohl, Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Wollen wir nochmal. Versuchen wir nochmal mit den Blödenlingen hier. Klauen uns die Nubi. Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Keine Sorge, die wird schnell. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Ja. Es hat funktioniert. Interessant, dass hier die Temperatur-Dings auch hochgehen. Ziemlich hoch. Ich weiß nicht, inwieweit es ihr schaden kann, dass die Kammer offen steht. Ich sollte das nicht tun, aber... Heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun sollen. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. Ja, ja, er macht es doch wieder so. Geht es auch wieder runter? Ich gucke es sich auch wieder runter. Der Rubin ist fest eingelassen. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht herausbrechen. Naja, dann holen wir das Vieh hier. Prima Idee. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske hebeln. Es hat funktioniert. Ich habe ja einen Rubin. Jetzt gehen wir weg. Tschüss. Ach, wir scheißen auf Gina und tschüss. Na, geht es. So, jetzt bringen wir sie noch hier zur Verzweiflung. Mal sehen, ob ich ihn gegen den Alten austauschen kann. Großartig. Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker sein wird. Ich werde jetzt warten, bis Frau Doktor den Laser benutzt. Voll schadenwürdig. Ich hätte gesagt, dass ich sie, äh, sie... Es hat funktioniert. Frau Doktor tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Ja, ja, ihren Kaffee. Hey, Mama, mit dir. Frau Doktor, Sie müssen sich erholen. Jedem kann ein Fehler unterlaufen. Lassen Sie mich. Mein Leben ist ruiniert. Erst fängt mein Mann eine Affäre mit dieser Doktorandenschlampe Candle an. Kurz darauf schließt sich mein Sohn den Krishna-Jüngern an und verlässt das Haus. Und jetzt das. Wenn ich weder meine Familie zusammenhalten noch meine Arbeit tun kann, sagen Sie mir, was soll ich dann mit meinem Leben anfangen? Was sind Krishna-Jüngern? Keine Ahnung. So. Brauchen wir jetzt... Ah, wir brauchen einen Kaffee. Dafür müssen wir jetzt in die Kammer, wo wir eben noch nicht fahren. Ah, nein, wir müssen noch nicht sein. Ah, wir müssen den Typen da erst fragen. Ich verstehe nicht viel von Kunst, aber das hier ist beeindruckend. Sieht lustig aus. Heh. Das sieht auch lustig aus. Wie sitzt denn der da auch? Okay, gehen wir mal raus. Müssen wir erstmal mal mit dem reden. Geh schneller! Run, Brian! Ah, nein! Hallo, Willy! Hey, Kleiner! Wie geht's dir? Wegen deines Unternehmens... Ah, nein! Wie heißt... Äh, ja... Ah, zack! Noch etwas. Was? Kaffee. Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl! Komm mir nicht mit Forderungen daher. Gestern habe ich die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Wo ist der Wartung? Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht? Nur einen Kaffee noch? Ja, klar! Du kannst dich neben sie stellen und ihr zuflüstern. Maschinchen, Maschinchen an der Wand. Gib mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Nein, verdammt! Wenn kein Kaffee da ist, ist einfach kein Kaffee mehr da. Und nichts weiter. Das ist bloß wegen dieser verrückten Oliva. Ah, Gott, sie ist wirklich eine verfluchte Irre. Sie trinkt mindestens 20 Tassen Kaffee am Tag. Deswegen ist die Hexe total nervös, logisch. Kaffeeschock. Ich möchte dich nicht weiter stören, Willy. Bis bald. Wir sehen uns. So, jetzt müssen wir noch mal in den Raum. Ich muss hier vergessen. Ah, was machst du? Ich will schon mal rausgehen. So, jetzt müssen wir uns hier den Kerl hier angucken. Die Statue, meine ich. So, ich muss das rein. Eine menschliche Figur, wie ein König gekleidet. So, jetzt müssen wir uns auf einmal die trocheidät. Aber dann Cette einfach nur noch eine Nachtart durpez unclear Das Schiff.